Entschuldige den Beschuss. Ja, er dachte du wärst das komische Ding, das wir zufällig verfreien. Wir sehen, wir haben Reinigungs-Bots gesehen. Zufällig, in der Distanz. Ich bin gut. Uns geht's blendend. Es ist weggerannt, als es uns gesehen hat. Stimmt's, Quill? Ja, nur ne komische Schwebe-Kreatur. Nichts Verunruhigendes. Oh, und apropos komische Kreaturen. Ich wette, Team Grün hat Probleme, das Schiff zu packen. Ich hab für heute genug von Wetten. Ja, geht.